Hallo Leute und willkommen zum neuen Adventskalender Spezial. Heute mal ein Jump'n'Run-Spiel, nämlich Exceed Path. Okay, wir fangen auch gleich an. Es gibt auch einen Multiplier-Modus, den habe ich aber noch nicht gespielt. Okay, die ersten drei Levels sind nur ein kleines Tutorial sozusagen, welche Style ist, welche Steuerung und so Zeugs halt zu erklären. Und dann ist es richtig los. So, hier können wir auf Sliden, indem wir runter oder S drücken. Hier bekommen wir einen Code, den wir meines Wissens nach eingeben müssen, wenn wir das Spiel laden. Nein, aber ich bin mir nicht sicher. So, rennen können wir auch, nämlich auf Leer-Tester. Lalalalalala Wie so eine schwarze Welt. Das bedrückte schwarze Welt. Okay, jetzt geht es erst richtig los. Und nein, ich weiß nicht, wofür der Code gut ist. Doch nicht, sagen wir es so. Nichts kann uns etwas anhaben. Okay, jetzt müssen wir warten, bis die Stacheln unten eingefahren sind und schnell raufspringen auf die Trampoline oder was das auch immer sein soll. Wie. Uiui. Wow. Und so stirbt man. Jetzt habt ihr das auch mal mitbekommen. Wie. Okay. Ohohoho. Wow. Verdammt. Na gut, nochmal. Wie. Trampoline. Okay. Jetzt drüber. Glauben fast. Wenn ich nicht zu blöd werde. Haben wir letztes Mal geniegt. Sind wir letztes Mal gar nicht in diese Merklinie Flagge da reingeladen. Reingeladen. Ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Sind wir zwar letztes Mal gar nicht in diese Flagge da reingeladen. Na ja, egal. Wenn wir da drunter durch, ja, können wir. Gut. Ui. Wow. Okay, das Ganze, glaube ich, jetzt nur nach rechts gedrückt und bis hin gejumpt. Rennen. Jump. Jetzt blieb mich nicht unten gegangen. Okay. Da muss ich rein, wenn das Ding irgendwie so oben ist, schätze ich. Oh, verdammt. Ja, das könnt ihr selbst spielen. Bis morgen.